Der spirituelle Name Chitrani. Chitrani ist ein spirituelle Name für Aspirantinnen mit Gayatri Mantra, Soham Mantra, Om Mantra oder jedem beliebigen anderen Mantra. Chitrani ist diejenige, die zu Chitra gehört. Und Chitra heißt klar, heißt hell, heißt leuchtend, heißt strahlend. Wenn du also den Namen Chitrani heißt, dann soll es heißen, du bist von Licht erfüllt, du bist von Strahlen erfüllt. Und in Chitra steckt natürlich auch Chit. Und Chit ist das höchste Bewusstsein, die höchste Wirklichkeit. In diesem Sinne, Chitrani ist auch diejenige, die weiß, sie ist das höchste Selbst und diejenige, die in allem das höchste Bewusstsein sehen will. In jedem Menschen, die Manifestation des höchsten Bewusstseins, in der ganzen Welt Manifestation des höchsten Bewusstseins und überall dieses göttliche Licht sehen und wirken lassen will.